So, jetzt gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu meinem Video von heute Vormittag. Mir ist nämlich jetzt eben erst aufgefallen beim Durchgucken, dass mir da in der Mitte des Videos ein paar Szenen abhandengekommen sind. Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich den Triebwagen da kurz in Aktion auch präsentiert, mit den wenigen, aber doch ganz netten Funktionen. Und das will ich jetzt noch schnell nachholen. Also, dieser Triebwagen hat ganz normal zuschaltbare Spitzenbeleuchtung zweifach. Im Normalbetrieb ist nur in Fahrtrichtung weiß geschaltet. Dann lässt sich hier eine zweite Funktionstaste, die rote Schlussbeleuchtung, dazuschalten. So. Und, was ein noch ganz nettes Feature ist, es gibt auch eine Innenraumbeleuchtung. Sieht auch ganz nett aus. Jo, fahren. Tut er auch ganz gut. So, lassen wir mal in die andere Richtung düsen. Jetzt nehmen wir mal einfach eine kurze Runde. Also, wie gesagt, vom Fahrgeräusch, muss ich sagen, auch ganz nett. Also, klar, natürlich mit dem Getriebe, man hört ein bisschen was, aber ansonsten läuft er eigentlich sehr ruhig und sehr schön, wie man sieht. So, und jetzt lassen wir wieder zurückfahren. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte einfach nur noch kurz das nochmal mit reinnehmen. So, gut, tschüss dann.